Fabian, du bist nur... Auf den Topf, auf den Topf. Okay. Das ist endlich, was er von uns gesagt hat. Ach Gott. Ein Krasilio. Warum Krasilio? Na gut. Legen wir das. Ach Silvas, Opfer so da? Die Musik ist bloß leise. Silva konnte ich was von in der Gefangenschaft befreien. Das kommt gar nicht so ein Tick. Ja, das war so klar. Ja, das war so klar. AuszüBerいう von der Stirn? Oh, Attacke abgewehrt, das tut mir jetzt wirklich leid. Einen Glück können wir sowas echt männlich wegstecken. Ja, das Ding ist halt, die Musik ist da, aber dadurch, dass ich gerade einen Anruf habe mit Fabian, der ja nicht hier ist, ist halt die Musik leiser. Da muss ich bloß mal jetzt reingehen, der Frizzy. Da ist Musik da, das stimmt. Die Musik ist nicht aus, das ist halt bloß, wenn ich Skype nebenbei gelaufen habe. Da ist die Musik leise gedreht, also die regt jetzt automatisch runter, da ist dann Skype im Vordergrund. Na, Moment. Ne, da ist keine Musik. Ja, weil es die runterdreht. Da hast du irgendwas nicht richtig eingestellt, Dude. Oh, ja, da stell ich's halt nochmal ein, das ist mir doch egal. Alter. Aber beziehungsweise hast du deine Ohren schon mal weggeräumt. Ja, ich finde es... Nein, nein, nicht er, ich habe die weggeräumt. Schön, dass es dir auffällt. Will dich jetzt nur mal anmerken. Weil ich die ganze Zeit gewartet habe, bis das nervtötende Ticken einsetzt. Nein, das ist alles weg. Schön, dass es dir auffällt. Finde ich gut. Ich habe dir extra weggeräumt, damit du nicht so genervt bist. Ich? Ja. Jetzt schieb's nur wieder auf mich. Noch andere, die das etwas negativ angeprangert haben. Ach. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bitte krasse. Yes! Aber jetzt gibt's dich von uns auch voll ins Gesicht, ey. Voll in die Fresse. Ich hab die Musik kaputt gemacht, es tut mir leid. Story of your life now. Genau. Das ist ja richtig geil, jetzt sehe ich im Stream alles ja viel später. Ne? Das war komisch. Läuft. Du auch mal wie das ist. Ja. Ich bin gerade im eShop, ne? Hä? Bei Nintendo, weil's ja jetzt Super Mario 64 gibt. Ja. Ja. Und Donkey Kong 64. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt mir holen soll. Donkey Kong ist eigentlich richtig geil, ich glaube ich nehme das. Ja, Mario 64 hast du halt schon öfters gespielt. Ja. Ja gut. Ja gut, aber Donkey Kong 64 auch. Das hatte ich zum Beispiel damals gar nicht. Donkey Kong 64. Ne. Da hat dich übelst gespart, weil du brauchst es ja das Expansion Pack dazu, das rote für dein. Das hatte ich damals bei Zelda drin, das Expansion Pack, da hab ich mal so einen Doppelpack geholt. Okay. Und da gab's das klein mit dazu. Das ist richtig geil, jetzt hängt Nintendo echt an mit Nintendo 64 spielen, ne? Ja. Geil. Ich hoffe auf Pokémon Stadium, ey, das war halt grün. Oh, das wär so richtig OP. Und dann mit Internetverbindung und dann Battles. Fahrt werden ist etwas leise, wurde gerade gesagt. Moment, ich muss erstmal gucken. Was? Ich hab mal kurz die Musik lauter gedreht von meinem Capture Code. Also Fahrt werden ist auf Maximum. Lauter kann ich Skype nicht drehen. Da hast du irgendwas noch nicht ganz so eingestellt, glaube ich. Ich glaube, oh. Weil bei euch müsste ich ja relativ formal ankommen, oder? Ja. Ja. Kommst du auch. Hast du, ähm, hier in deinen Lautsprecheroptionen kannst du? Einstellen. Nee, gar nix weiter. Ja, gut. Das sieht so aus, als würdest du es gewinnen, oder? Es sieht ganz gut aus momentan, muss ich so sagen. Ja, Pokémon Stadium 3 wäre natürlich perfekt, ne? Das wäre, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Weil du musst ja überlegen, wie dann die YouTube-Community abgeht, ey. Wird ihr, ey, Gartu aufnehmen? Ja. Kämpfe in geiler Grafik? Geil. Ja. Das ist klar. Aber wird es bestimmt auch geben. Ich hoffe, irgendwann machen sie es, ey. Nintendo hat sowieso ne komische, also in den letzten drei Jahren, ne? Und die echt so ne komische Firmenpolitik an den Tag gelegt, wo man sich immer dachte, was machen die gerade? Naja, das Ding ist halt, ich hätte nicht gedacht, dass die es so lange brauchen, bis die auf den DLC-Zug aufspringen. Naja. Wobei die DLCs bei Nintendo sind wenigstens noch fair. Ja. Ne, das stimmt schon, aber da sieht man jetzt auch einfach, dass die jetzt nochmal das Konzept überarbeiten mit der neuen Konsole. Ja, klar. Also wenn die nochmal irgendwie Mario Party ohne Online-Modus und dieses schlechte neue Dings da rausbringen, dann, keine Ahnung, kapiere ich gar nichts mehr. Also bei Mario Party habe ich mich auch gewundert, ne? Ich dachte, die machen das Multiplayer. Ich fand das so lustig gewesen. Ja, nicht immer, dass es keinen Online-Modus hat, sondern dieses Spielbrett an sich, wie es aufgebaut war. Es ist so ein Fail, das geht gar nicht. Aber Nintendo hat übelst viel Hate gekriegt für das Mario Party. Zurecht, muss man einfach mal sagen. Als ich auf Twitter gefragt habe, was findet ihr am besten auf Mario Party, gab es nur einen sinnvollen Kommentar. Alle haben das runtergemacht. Das war richtig krass. Ich berühmte uns gerade mit deinem Togekiss, ne? Mit meinem? Ja, mit deinem Togekiss. Ach so? Ach so, ja. Ich hab nämlich noch keins. Das blöde Flinchkiss. Naja, Flinchkiss ist halt paraflinch. Oder welches? Ne, das normale mit Wallschau. Ah, das? Ja, das ist geil. Das ist geil. Das flinch sowieso immer den ganzen Tag. Damit hab ich Frunzenkampf gewonnen. Da hab ich pixitot geflinched. Nice. Habitif. Angeblich hab ich Donkey Kong 64 gekauft. Hast du's für die Wii da? Hä? Hast du's für die Wii? Wie für die Wii? Hast du das damals für die Wii schon gekauft? Nee. Weil die haben gesagt, du kannst für 2€ kannst du deine alten Wii N64-Spiel upgraden. Hä? Hä? Ich kann's jetzt einfach runterladen. Ich hab nicht immer irgendwas bestätigt. Ist er doch froh? Hm. Na ja. Jetzt klicke ich überall hin, weil ich... Bei Nintendo ist das doch nicht so, dass man irgendwie sein Dings mit dem Konto verknüpft hat, oder? Eigentlich nicht. Oder ich hatte einfach noch Guthaben drauf. Das kann natürlich auch sein. Wo war das? Ach, weil ich bin so froh, dass es nicht klappt mit den Streams, ey. Ja. Wenn's ohne Musik ist. Ja, tut mir leid. Ich werd's in Zukunft fixen. Ja, du bist grad eben war ja mit Musik. Mach da nebenbei im Browser noch. Hast du eingestellt, dass der komplett, wenn du OBS hast, dass der komplett deinen Desktop überträgt? Nee, hab ich nicht. Machst du das nicht? Deshalb bin ich wahrscheinlich auch zu leise. Wenn du bei OBS hast... Das kann's doch sein. Kann ich das auch machen, weil das läuft? Wenn du bei OBS hast du dieses Mikrofon, dieses große Mikrofon und diesen großen Lautsprecher. Hast du das auf aus oder an? Ich hab alle Bild auf an. Und auf volle Bulle? Ja. Okay. Also bei mir war das automatisch, dass egal was ich anmache, der Ton komplett über den Stream übertragen wird. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, jetzt deinen Stream anmachen würde, dann würden die Leute auch dich in... Also deinen Stream in meinem Stream hören. Ja, Mewtwo soll für Smash kommen und zwar sogar noch im April, dachte ich. Ja. Spielst du Doppel-Walschall? Oder was ist da auf Tri-Käfer-Lothoff? Ja, ist auch ein Walschall. Ja. 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 Samsung. Ach, Glorak. Ein Glorakchen. Software-Update. Ufa, wann spielst du noch Smash? Ja, selten, ne? Selten bis gar nicht. Ja. Ja, ne. Gar nicht zur Zeit. Seit ich vor einem Monat oder so mit Diablo 3 angefangen habe, habe ich gar nichts mehr gespielt. Großartig, außer Diablo. Ich habe übrigens jetzt auch Heroes of the Storm. Haha, Heart of the Swar? Nein, weil das... Falsches Spiel. Ja, scheiße. Nein, ich wollte Heroes of the Storm. Beta Key oder was? Mhm. Okay. War auf einmal da. War halt da. Wie bei allen irgendwie, ist krass. Wenn jetzt ein Haufen Leute invited. Ist wie die Beta von StarCraft haben, ey. Was? StarCraft Beta? Ja. Was neu ist oder was? Addon. Ja, Addon kommt. Okay. Kann ich das eigentlich immer einstellen mit dem, mit den Quellen? Eigentlich schon, aber wenn das streamt, ne? Wie bitte? Das kann ich noch einstellen mit der Quelle, dass ich das, ähm, abgreife. Aber wenn das streamt. Keine Ahnung, so ich... Oh, es wird die Attacke ab. Willst du mich denn verarschen? Nein. Es wird's gebäscht. Nö. Ach, hier steht ja mein Kontostand. Alles klar. Okay. Dann übrigens für die Sonne, ne? Find ich gut. So. Ah, dein Stream ging heute auch nicht lange, oder? Mein Stream. Hm? Warte, kann ich dir gleich sagen, wie lange der geht? Haha, Troiks ist da. Hahaha. Ja, dass die dran das kennste, ne? Drei Stunden hab ich gestreamt. Ja, das geht auch noch. Nee. Doch, drei Stunden hab ich gestreamt. Oh, das war echt schwer im New Game Plus, ey. Ich bin ein paar mal gewibed. Ich hab jetzt, ich hab jetzt den vierten und den fünften Boss gekillt, und den dritten immer noch nicht. Aber ich staune an dem Viper, an dem Dude. Ja, das ist gut. Also, down. Oh, niedlich. Und dein Heathand hat auch noch Walshal jetzt, oder was? Nee, das ist, ähm, defensiv. Ach ja, ich seh's gerade überwassen. Ha, geil. Ist nicht gut, ne? So viel Prominenz hier. Ähm. So, Doggy Kong 64 installiert. Ja, gut, das ist ja nicht groß. Ja, der Anfangs-Song war aber voll geil. Wir sind ausgerastet. Da hat Fabian den Affen gemacht. Hä? Da hat Fabian den Affen gemacht. Ja. Oh, Stibuna wird jetzt die Problem, oder? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich weiß noch, als kleines Kind fand ich den Intro-Song von Doki-Kong finde ich so geil, dass ich mich dann erst mal fünf Stunden davor gesetzt habe und ihn auswendig gelernt habe. Echt jetzt? Alter, was geht mit dir? Ja, ist auch mit Vitex unten, dass du mit singen kannst. Und das packen wir immer genau dann, wenn du singen musst, die Buchstaben, die Wörter besser gesagt. Alter, der beste Song. Kannst du mir richtig vorstellen, wie du davor gesessen hast? Ja, ja, richtiges Opfer. Total mit Englisch, weißt du? Als kleines 10-jähriges Ossi-Kind. Nicht ein Wort verstanden. Ist ja egal, da konntest du mitsingen. Das ist die Hauptsache. Jedes Wort so ausgesprochen, wie es gelesen wird. Ja, da vor allem, der jetzt da ist, kann das noch eine Weile gehen hier. Du musst Doki-Kong 64 spielen. Das kannst du auch nebenbei machen. Echt? Oder willst du singen? Kannst du gar nicht hier singen? Gar nicht mehr. Oh, willst du mich jetzt totflinchen oder was? Der hat halt gelaufen. Alter! Das ist meine Marotte. Ich bin der Hexer hier. Ich muss jetzt mal was gucken bei Amazon. Was guckst du denn bei Amazon? Wie der Stand und diese Woll-Yoshis ist. Fabian, hast du mein Dings bei Twitter heute gesehen? Mein was? Mein Bild. Was für ein Bild? Mit Yoshi. Nee. Mit Yoshi? Ich hab mir Yoshi's Woolly World. Ähm. Es wär der Tag ab. Ich glaub das nicht. Ähm. In der Special Edition geholt. Und die zwei Woll-Amiibos. Also die anderen beiden. Weil in der Special Edition ist ja schon einer drin. Freak da komplett außer Doth. Ey. Alter, die waren sofort ausverkauft danach. Die waren heute, die waren heute früh schon mal ausverkauft komplett. Und ich hab durch Zufall nochmal refreshed bei Amazon. Da waren die gerade alle wieder drin. Erstmal alles bestellt. Und danach waren sie wieder weg. Das ist so krass mit dem Zeug. Ja, die Wurst gehen schon ab, ne? Ja, ist aber geil das Zeug. Ob die die nachproduzieren oder ob irgendwann mal... Ich hoffs mal. Ich will hier noch Schalk haben und sowas. Hast du noch nicht oder was? Nee, Schalk hab ich nicht. Schalk und Meta Knight fehlen wir zum Beispiel noch. Okay. Von den neuen dann halt Darain. Und, was war's noch? Darain ist noch jemand. Ness. Ness. Ness zum Beispiel fehlt mir noch. Da fehlen viele. Mir fehlen auch viele. Ich hab jetzt 15 oder so. Ich find aber cool. Macht voll Bock mit dem Dingern. Ness. 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 Es sieht so aus, ja. Puss, da sindνο da. Ness. Tui gar n記ßt. Das Aktien Killer MARCS. Das part 1955,e und dann gehts mitx. Xerox, ne 달라 Punch ins Gesicht. in your face genau ich habe 550 in mein pokédex das ist schön für dich da kannst du jetzt alle also jetzt was sie alle wenn du 1999 geboren das gespielt hat ist ja dann vielleicht hat sie aber genau sie ist noch damals als wir erst in der rote blaue gespielt haben das war übrigens damals fürs gehirn noch total komplex da hat man sich sogar ein pokémon verlaufen weil das kannte man ja nie so ein gebiet auf so umgeben wollte deswegen das hat das klasse und gerade ausspiele mario in kassel weniger und so war halt richtig geil dass man meinen twitter oft ist noch gescheit verlinken beim andre geht immer nie was heißt zusammen und die leute die müssen hier ohne sound ähnliche wasser gut machen kann ist irgendwelche grafiken aber der so ist das geworden ja gg